Eta 0. Baupläne verkaufen, Belohnung für Infiltration, Einsatz tauschen, Vorräte tauschen. Okay, wir gucken erstmal verkaufen. Wie viele kann ich verkaufen? Ist die Frage. Wähle ein Gegenstand zu verkaufen. Doppelte Gegenstände auswählen. Alle auf einmal. Ah, man kann nur 600 haben. Ich hätte dann 1400. Man kann nur 600 haben. Dann würde ich sagen, dann würde ich euch allen raten, um jetzt mal direkt mal einen Tipp zu geben. Verkauft erstmal alle Charakter. Weil Charakter braucht ihr nie wieder. Die Waffen würde ich erstmal alle behalten, soweit es geht. Charakter würde ich alle erstmal grundsätzlich wegmachen, weil die braucht ihr halt nie. Wenn ihr den Charakter einmal gebaut habt, dann ist der gebaut. Und jetzt kann man Vorräte tauschen. Also, was gibt es? Lagerplätze, aller Bonheur. Nachfahrenplätze, ultra geil. Kaufen, kaufen, sofort kaufen. Es gibt Formstabis, drei Stück auf einmal kaufen. Also, halt mir fest, es gibt vier Baupläne zu kaufen. Es gibt zwei Stabis, das finde ich super cool. Lagerplätze, finde ich auch super cool. Die solltet ihr euch auf jeden Fall kaufen. Und Farben. Da gucken wir mal in die Belohnung für Infiltrationseinsätze. Auch Stabis, auch Lager. Relativ ähnlich. Energieaktivator. Okay, ich muss auf jeden Fall gleich noch 400er Ball haben, weil das will ich alles haben. Also, das brauche ich auf jeden Fall. Ausrüstungsplätze, das braucht man auf jeden Fall. Stabis, brauche ich auf jeden Fall. Die würde ich beide erstmal kaufen. Was ist jetzt das Fazit? Also, erstmal finde ich, Ausrüstungsplätze und Charakterplätze da natürlich gar nicht gerechnet. Das ist super für alle Leute, die Free-to-Play sind. Ne, das müssen wir auch mal festhalten. Vorher war es so, dass du Free-to-Play nicht alle Charakter haben konntest. Das ist jetzt möglich. Wenn du das jede Woche da kaufen kannst, geil. Geil. Formstabis, ultra, ultra geil. Die Preise sind super günstig. Also, 15 für so ein Teil. Wenn man das, wenn man Ultimate-Teil für 10 verkaufen kann, die Preise sind super gut. Habe ich mir, ich habe mir ein ganz kleines bisschen mehr erwartet. Aber ich glaube, es ist ganz gut. Ich glaube, ich glaube, es ist ganz gut. Also, dass man Stabis kaufen kann, ist auch für mich das krasseste, muss ich sagen. Dass man Ausrüstungsplätze und Nahfahrenplätze kaufen kann, finde ich ultra cool. Da werde ich hier gleich auf jeden Fall nochmal 400er Ballern. Das ist ETA 0. Guck, ich gehe immer auf die beiden. Das sind die Schwachpunkte. Ich versuche immer, die zu treffen. Außer ich bin gefokust. Dann kann ich nicht auch noch das machen. Dann versuche ich einfach irgendwie zu treffen oder abzuhauen. Ach, scheiße. Ich habe doch alle toten Kopfschädel gehabt. Ach, Mann. Ach, Mann. Mir fehlt auch wieder. Ich bin wieder... Ah, Mann. Ich bin gleich down. Ja. Das ist wieder. Dann bin ich gerade vor. Ich bin large. Ich bin large. Ich bin surface. Beine sind kaputt So, jetzt das Gesicht finden Wo es die Bedingungen zu sind Das finden wir doch Du guckst, dich nicht Hat er wieder Dinger geholt Wo sind die denn überhaupt? Ich seh die gar nicht Da hinten ist noch eins Digga, aber da dann auch Wie lange überleben? 10.000 Jahre? Gefühlt bleibe ich am besten außen Und mache von außen alles kaputt Ah Scheiße, Mann Das ist super schwierig Jetzt weiß ich auch, wieso Ajax Nur hierfür Nur hierfür Aber wir haben es geschafft, Leute Wir haben es geschafft Und wir haben noch 3 Todesfälle über Scheiße, ich bin nicht aufgepasst Zu aufgeregt Zu aufgeregt Zu aufgeregt Alle down Ja, ich bin gefokust Ich kann euch niemals retten Sonst werde ich Bin ich ja auch down Ah Jetzt, jetzt, jetzt Guckt uns doch genau an Das ist wahr Also das ist verrückt Guckt euch das an Das ist so ein Oh mein Gott Guckt euch das an Guckt euch das an Guckt euch das an